Hatespeech kann auf verschiedenen Wegen begegnet werden. Zum einen kann Hatespeech auf staatlicher Ebene über das Gesetz strafbar gemacht werden. Auch können Online-Plattformen gesetzlich in ihre Verantwortung gezogen werden. Online-Plattformen können aber auch eigenständig Verantwortung übernehmen und ihren Handlungsspielraum nutzen. Online-Räume sind keineswegs neutral, sondern ökonomisch orientiert gestaltet. Das heißt, welche Inhalte sichtbar gemacht und favorisiert werden, wird von den Plattformen bewusst gesteuert, um möglichst viele Interaktionen zu erzeugen. Denn Interaktionen bedeuten Aufmerksamkeit und somit Profit für Plattformen. Emotionale Inhalte werden von Plattformen sogar präferiert, denn diese generieren Klicks und NutzerInnenzeit. Inhalte mit vielen Interaktionen, wie dies bei Hatespeech häufig der Fall ist, werden dadurch sichtbarer als trockene Fakten. Die Grundlage der Online-Kommunikation fußt auf den Architekturen und den Algorithmen dieser Plattform. Diese könnten von den Plattformen auch so konzipiert werden, dass Hatespeech vermindert wird und ein respektvoller Diskurs gefördert wird. Weiter tragen Plattformen eine Verantwortung des rechtlich Sagbaren. Etiketten, Kontrolle der Inhalte auf Hatespeech, Regulierungen und Moderationen könnten Hatespeech erheblich minimieren. Dementsprechend ist es wichtig, dass Plattformen für ihre Inhalte verantwortlich sind und sich nicht als vermeintlich neutrale Dienstleistungsanbieter aus der Verantwortung ziehen können. Diese Verantwortung wird von Plattformen jedoch nur selten wahrgenommen. Aus diesem Grund sind verschiedene Lösungen innerhalb der Gesellschaft nötig. Ein vielversprechender Lösungsansatz ist Counterspeech. Counterspeech bedeutet, aktiv Gegenrede zu leisten. Dabei werden grob drei Ziele verfolgt. Erstens sollen Hatespeaker konfrontiert, wenn möglich umgelenkt oder zum Nachdenken angeregt werden. Zweitens sollen Betroffene durch Zivilcourage und Solidarität unterstützt werden und Mitlesende zur Mitsprache aktiviert werden. Drittens sollen durch die Sichtbarmachung einer anderen Diskussionskultur deliberative Diskurse gestärkt und antidemokratische Diskurse, Stereotypisierungen und Diskriminierungen vermindert werden. Es geht um die Minimierung jeglicher Gewalt und eine Förderung des vorhin erwähnten deliberativen Diskurses. Das heißt, einen Diskurs zu schaffen, der verschiedene Meinungen respektvoll abbildet und Personen ohne Angst vor virtueller, psychischer oder physischer Gewalt offen steht. Deliberative Diskurse bedeuten auch, Stereotypisierungen und Diskriminierungen zu verhindern. Counterspeech verzeichnet eine Vielzahl an Strategien und Ansätzen. Dabei spielen das Ziel, der Kontext und die Interaktionskonstellation eine Rolle. Die häufigsten Strategien sind Hate Speech zu benennen und vor Konsequenzen zu warnen, Fakten als Korrektive einzusetzen, Humor zu nutzen oder einen empathischen Zugang zu finden. Schauen wir uns hierzu ein reales Beispiel an, bei dem mit Fakten aufgezeigt wurde, warum eine Falschaussage vorliegt. Auf einen Hate Speech Kommentar, der Asylbewerbern sexuelle Übergriffe unterstellte, antwortete eine Person folgendermaßen. Die Übergriffe auf Frauen und Mädchen gab es schon immer und wurden von Männern jedweder Herkunft begangen, in Deutschland überwiegend von Deutschen. Besonders von nahestehenden Personen im eigenen Zuhause. Haben Sie dazu auch Kommentare verfasst? Diese Antwort ist zugegebenermaßen auch problematisch formuliert und zeigt, wie anspruchsvoll Counterspeech ist. Sie verharmlost sexuelle Übergriffe und funktioniert mit Sarkasmus. Trotzdem stellt sie die Faktenlage richtig und positioniert sich somit gegen die rassistische und fremdenfeindliche Stereotypisierung. Werden Fakten eingesetzt, ist es wichtig, sich den Fakten sicher zu sein. Abgesehen von einer gründlichen Auseinandersetzung mit der Materie können auch einschlägige Websites hilfreich sein. Zur Debatte über geflüchtete Personen in Europa gibt es zum Beispiel die Seiten Fakten gegen Vorurteile von proasyl.de. Ansonsten reicht es auch, Falschaussagen als solche zu kritisieren und zu schreiben, dass die Aussage nicht stimmt. Laut Studien kann Empathie und Positivität eine wirksame Art sein, Hate Speech zu begegnen. Durch Empathie wird der Mensch hinter den Kommentaren sichtbar gemacht. Der Hass wird auch nicht als Emotion weitergetragen und eine Eskalation von Gefühlen kann verhindert werden. Auf einen Hasskommentar, welcher mittels sexistischem Bodyshaming eine Person beleidigt, antwortet die betroffene Person gekonnt mit Empathie und zeigt auf, welche Diskriminierungsformen im Hasskommentar stecken. Dies bedeutet natürlich viel Aufwand und muss nicht immer so ausführlich passieren. Auch wird häufig mit Humor auf Hass geantwortet. Humor ist äußerst effektiv. Humor erzeugt zwar Aufmerksamkeit, aber nicht unbedingt einen respektvollen Diskurs. Eine Möglichkeit bietet den Rückgriff auf Memes, welche vom Hass ablenken und so die Diskussion umlenken können. Wie gut Counterspeech funktioniert, ist nicht zuletzt abhängig von der respektvollen Haltung der CounterspeakerIn. Denn gehässige Konversationen zwischen Hate Speaker und Counterspeaker wirken sich negativ auf den Diskurs aus und fördern Hassspiralen. Beispielsweise wirkt ein Halt die Klappe oder Du hast keine Ahnung eher befeuern als deeskalieren. Es lohnt sich, sich als CounterspeakerIn nicht auf einen Konflikt einzulassen. Denn nicht selten ist genau das das Ziel von Hatespeech. Eigene Emotionen und die eigene subjektive Haltung können aber auch eine Chance sein. Zum Beispiel, um Mitlesende von einem antidiskriminierten Verhalten zu überzeugen oder Empathie zu wecken. pięter lookin tipo